Musik Der KSV Lilly ist grundsätzlich gegen Studieneingangsbeschränkungen. Wir sehen die Universitäten bzw. Hochschulen als Teil der gesamten Bildungspolitik und sehen Bildungsinstitutionen als Orte, an denen die Voraussetzung für eine freie und offene Gesellschaft geschaffen wird. Das heißt, sie müssen auch selber frei und offen sein. Wir sind grundsätzlich gegen Studiengebühren, auch für Langzeitstudentinnen oder ausländische Studentinnen, weil unserer Meinung nach Studiengebühren immer den freien und offenen Hochschulzugang beschränken. Unser Wahlziel für die EH-Wahl 2017 ist ganz klar zu wachsen. Das heißt, unsere Mandate nicht nur zu verteidigen, sondern auszubauen. Und andererseits kämpfen wir für eine politische ÖH. und andererseits kämpfen wir für die EH-Wahl 2017 McMahon. Untertitelung des ZDF, 2020